Der Kerl wird langsam lästig! So. X. Du gehörst mir! So, getrückt halten. So. Dann noch einmal... Willst du noch mehr? Kannst du haben! So. Einmal X. Oh, ich bin wirklich tot. Verdammt. Irgendwie hat die Schrift hinter irgendwie zuerst geklappt. Weil alles was da ist, wird nicht gleich sterben lassen. Wow. Das ist verdammt noch einmal knapp. Am besten hat keiner von denen wirklich irgendwie mal da hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. Alter Schwede. Wie viel Munition hat man in der Schrubbhinte? Oh nein, da ist das Fass. Wenn er das selbst in die Luft jagt, dann kann ich mir gucken. Okay. Letzte Woche Pause. Nehmen. 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 Und... Erdrossel. Ja. 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 60.000 und 25.000 extra. Boom. 66.000 und 25.000 von dem Kerl. Ja. 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 Das war es wirklich. Ja. 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 Speichern Ich will hier keine Träume nehmen Das ist alles nicht mit Absicht Was ist denn mein... Ich glaube, ich bin in der nächsten Meer, Strasse und Löber Speichern Weil das ein bisschen zentraler ist Das ist in der Regel gerade Sagen ich mal Ich brauche das einfach mal so Ob ich es jetzt weiß Nun dann Gehen wir noch einmal schlafen Oder speichern Ist es schlafen, ist es speichern Ist es beides? Wer weiß das schon Wie immer die Programmierer aber... Naja Kann man halt schlecht fragen, gell? So Dann... Wollen wir mal sehen Dann... Die Pasinis... Ne, Strassi sind da jetzt dran Dann... Ja, mal sehen Wie komme ich denn zur Carnegie Hall? Ich habe keine Ahnung Wo die Carnegie Hall sein soll Ähm... Wo ist denn der nächste Mordauftrag überhaupt? Oh ne... Okay Dann fahren wir wieder nach... Null's Kitchen Ähm... Vielleicht ist der Mordauftrag hier dann auch mal Null's Kitchen Da muss ich nicht ganz so weit fahren Aber Hauptsache... Wir haben das Ding erstmal gespeichert Weiße Mordauftrag hier Und jetzt über die Straße verteidigt Hey Ich brenne da ein Licht Hallo... Wie eine kleine Fackel Boom Mordstille Stimmt, wir müssen hier anhalten Okay, dann nehme ich den hier Hey, hey, hey Was wollen sie denn machen? Nicht aufhalten? Du hast dich mit dem Falschen angelegt Komm mal her Jetzt machen wir was mal hier Das habe ich gerade erst neu gelernt Oh, das ist doch... Ein Soldat? Nein, 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 nein Nein, nein Ein Soldat, glaube ich Nein, nein Nein, nein Hey, ich roll ja schon Richtung Tunnel Ähm... Was geht schon? Ist ja auch richtig Dann nehmen die eben Sämmerlein Wenig Jahr So, und ich sage Morda So weit das mit so einer Mühle eben geht Komm schon Gute Pedal to the metal Wie man so schön sagt Wurde sitzt du hier wie Tritt das Pedal durch Und gibt Gas Wie du kloppt Kannst du mich mal was anschieben Müsstest du noch dein Draht gleich Oder bist du noch schwierig? Nee, also Und dann kannst du das da Wahnsinnige Sprintreaktion Warum auch mal Ich hätte nicht mehr von dem Fliegen sollen Das hat so viel Spaß gemacht Ich bin da 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 Basta Crashing Basta Crashing Alles fällt zur Seite Und mir an den Weg Klasse Ähm Muss ich wieder? Was? Wo muss ich denn hin? Ah, ja klar Ich muss jetzt natürlich erstmal Ich mach Kopf! Ich mach Ecken. Ah, gib Gas. Was ist das so gut? Ich weiß gar nicht. Wir mussten ja nicht gehen, aber wir haben mich verfolgen. Da können ja auch andere Wege fahren. Außerdem sind die hier gerade... Hast du das gesehen? Ja, aber... Da müssen wir irgendwie... Soll ich das auch nicht sagen? Hier können wir einfach durch. Ja, auch immer. Das Kitscht, ich muss halt mit. Ah, ja. Dann gehen wir mal ein bisschen Stoff, damit wir vorwärts kommen. Auch wenn wir jetzt die Lahm enthalten. Ah, wieder in der Kirche hier. Warte, da hab ich doch den Auftrag für... für den, den, äh... Capo Destini. Nee, Capo irgendwas bekommen. Komm, ich stelle jetzt wieder so einen hohen Auftrag. Die Familie bittet dich um einen Gefallen. Wie lautet deine Antwort? Da war ja... Einverstanden. Aber wieso kenne ich sie immer noch nicht? Jetzt können wir enger zusammenarbeiten. Salvatore Stratzi, der Sohn des Don. Wir werden ihn töten. Du und ich. Ich wurde angewiesen, dir dieses Dossier zu übergeben. Okay, das sollte nicht schnell so schwer. Ein Salvatore Stratzi ist der Sohn des Dorns und der Neu Capo de Sina. Sag ich doch. Seiner Familie. Er hat vor, die Geschäfte der Stratis zu klären, indem er in der Nähe von Hell's Kitchen ein Lagerhaus der Corleones zerstört. Schalten Sie ihn aus, bevor er sein Plan in die Diktatur umsetzt. Töten Sie Salvatore, bevor er das Lagerhaus sprengt. 25.000 extra. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm. Und wenn wir den Kerl mitnehmen... Ich brauche ihr Auto. Sofort. Ich brauche das Auto. Oder... Okay. Ähm. Ach, in der Nähe von Hell's Kitchen. Ein Lagerhaus... Ist das uns? Warte, wie komme ich da hin? Ich muss... Rückwärts... Ich muss drehen. Dann die erste Auffahrt finden. Dann zurück. Ähm. Dann bei den... Wunder zur Seite. Wenn ich runter geht... Ich weiß... Ich weiß... Ah, hier kann ich... Sehr schön. Und... Ähm... Da... Ach... Scheiss drauf. Ich fahre ich eben hier hin. Okay. So... Wollen wir noch mal sehen... Ob wir schon genug sind. Die Lagerhaus... Ja... Kann ich nicht mehr vor dem Atom sein. Natürlich auch mal gut. Aber okay. Ähm... So... Jetzt muss ich hier runter... Ah... Eben... Ich schließe mal... Ich muss mir ein bisschen... Äh... Wollen... Wollen... Wollen wir hier... Wie auf einmal... Hier... Ah... Ah... Jetzt müssen wir hier runter... Ah... 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 Ist das... Dieses große Lagerhaus... Ist das hier... Das große Lagerhaus... Was ich mir gewonnen hatte... Ja... Das ist es... Ähm... Was muss ich denn aufhalten? Ne... Da hinten ist nichts auf... War das jetzt zu spät, oder? Shit... Der ist hier jeden lang gelaufen... Okay... Der hat das Ding doch schon gespänkt... Das hat es nicht... Ne... Der wird nicht laufen... Nein... 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 Verdammt... Ich glaube... Ich bin zu spät... Ich glaube... Ich bin zu spät... Ich bin zu spät... Oh... Shit... Der Kerl... Wo war der... Hm... Jetzt ist die Frage... Wo bin ich? Und kann ich das Ganze jetzt noch mal probieren? Oder läuft das jetzt wieder schön? Da ist auf jeden Fall ein Lagerhaus von denen. Oh, shit. Wo bin ich denn? Was ist die hier hoch? Oh. Okay, das weiß ich zumindest mal. Es ist mir eine Ehre, Sir. Wo ich ihn los, damit ich den Aufhalten kann. Wenn das Ganze jetzt wieder von vorne kommt, ist einfach kein Problem. Ansonsten geht er mir um den letzten Rest zu springen und dann wäre es irgendwie möglich. Was solltet jetzt schon? Ich bin auf jeden Fall. Sehr schön. Ich bin hier auch schon mal auf. Oh Gott. Ich bin hier auch schon mal auf. Ich bin hier auch schon mal auf. Ich bin hier auch schon mal auf. Okay. Ich glaube, das ist am besten. Vorher anhalten. Ich bin hier auch schon mal auf den Reinhard. Ja, auf jeden Fall möglichkeit. Das war... Durchbricht. Sehr schön. Na ja. Wien und so. Jetzt ist aber erst mal das hier dran. Okay, nachladen. Jetzt ist die Frage. Haha! Töten Sie Salvatore Strassi. Mordauftrag ausgeführt. 6500, Respekt. 5 Gold, äh, Geld. Respekt nochmal 65 und 25 noch. Ähm. Das ist die Frage. Tauchen hier noch die anderen Strassis auf? So wie es aussieht. Ja. Irgendwie fühlt man sich hier fast als Schatz. Jetzt werden wir mal wieder aufgeräumt, was der trattet. Oh, gesammt. Also, es geht doch. Und was ist mit dir? Tschüss. Oh, ist verschlossen. Das heißt, es geht nur zur rechten Seite rein? Jetzt ist doch die Fragekarte. Gehört das Lagerhaus echt uns und ist gar nicht verzeichnet? Also, unser Lagerhaus? Das ist echt nur... Okay, ja, gut. Muss ja auch nicht unbedingt. Ich muss das ja nicht erobern, zurückerobern oder sonst irgendwas. Von daher. Hallelu ja? Bei-